Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben. Weiter geht's. Inventar, nun gut. Wir lassen es einfach mal unkommentiert, aber wir haben eine neue Pistole. Vielleicht wird sie uns helfen. Vielleicht wird uns aber auch das Messer helfen. Oder am Ende wahrscheinlich wieder der Bolzen. Ja, wir sollten weitergehen. Ich guck mal, ob hier irgendwie... Ne, nicht zum Rumdrucksen. Wir müssen einfach weiter. Kurz mal Aussicht genießen. Wunderschön. Ah, das war die Kampf-Area. Okay, verstehe. Gut, Leon. Dann wollen wir mal, ne? Spiel speichert. Finde ich gut. Wartet mal. Ich habe nämlich... Wir müssen das mal ausrüsten. Habe ich nämlich im Schnitt gesehen, dass wir das gar nicht gemacht haben. Okay. So, da ist natürlich das Problem jetzt. Der sieht uns wahrscheinlich direkt. Ja. Oh Gott, wie viele sind denn da? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ada. Ist das Ada? Das war, glaube ich, Ada. Ähm, ich bin gerade voll über... Was ist denn hier los auf einmal? Danke, Ada. Finde ich gut. Hier ist ja was los. Sorry, statt im Stau. Ein Heli mit freundlichen Grüßen von Hallingen. Hallingen? Okay. Und jetzt lass uns diesen Fichsern in den Arsch treten. Okay, finde ich gut. Machen wir. Bin dir was schuldig. Ich dachte schon, wir müssen die alle erledigen. Ich guck sie irgendwo hin, wo Platz ist. Ich geb ihnen, wofür sie hier sind. Ja, mache ich. Alles klar. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Hey, kommt mal alle her. Oh, der steht ja direkt vor uns. Alter. Leon, 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 Leon. In seinen... Pipi-Mann. Oh, 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 Leon, 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 Leon. Leon, Leon, Leon. Willst du auch rein in deinen Pipi-Mann? Kriegen wir hin. So? Alter, der schießt mich hier ab. Herr Hubschrauber, bitte passen. Herr Hubschrauber, können Sie bitte auf mich aufpassen? Boah. Yeah, I love Action. Oh, oh, wunderschön. Oh, ich will hier auch nicht ablenken lassen, hier. Oh, Leon, äh, nachladen. Oh, die setzen sich ja selbst in Brand. Das finde ich richtig gut. Ich mag das Spiel auf einmal wieder. Wie, go, go, go? Ich habe hier noch Dinge zu tun. Siehst du das nicht? So, den haben wir. Der steht da... Steht der nochmal auf? Ne, ja, besser ist auch. Oh mein Gott, guck mal, wie viel wir einsammeln können, ohne dass wir viele Munition verschossen haben. Aber ich bin doch ein bisschen unter Adrenalin. Das muss ich schon sagen. Wir gehen hier erstmal rein und gucken... Ja, ja, genau, du klärst es da draußen und ich hole hier mir erstmal die Sachen und bin ganz aufgeregt. Wow. So, kommen wir hier durch. Nee. Ich lade mal nach, das Ding hier. Ist das aufgeladen? Nee, Leon, du musst schon, ähm, machen, was ich will. Sonst funktioniert das hier wieder nicht mit uns. Okay, hier haben wir alles eingesammelt. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz hoch. Wir müssen ja trotz Unterstützung hier erstmal unsere Pläne vollenden und alles ordentlich durchsuchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass wir jetzt hier so eine Luftunterstützung kriegen, das ist ja ein Traum, ist das. So, den Bolzen, der ist wahrscheinlich für immer verloren. Da kommen wir nicht ran. Aha, auch cool. Ich schieße gerne mit so einem Ding. Brauchen wir aber jetzt gerade nicht. So, kommen wir noch höher? Nee. So, dann muss ich jetzt erstmal unser... Das ist ja... Wow, ist das schön. Guckt euch das an. Herstellen. So. 13. Herstellen. Dann sagen wir, wir warten auf MP, äh, Magnum. Na, äh, Magnum warten wir natürlich. Kann er hier runterspringen, ohne sich zu verletzen? Nee. Nee, 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 Leon. Kletter du mal lieber hier wieder runter, damit wir uns hier auch nicht runter... Okay, hier kann er runterspringen. Okay, Spiel, super. Ey, das macht ja richtig Spaß, Kumpel. Bleibst du auch bei mir, oder wirst du gleich abgeknallt? Ich rechne damit, dass du gleich bald abgeknallt wirst. Okay, kurz mal auf die Karte gucken. Hier ist noch ein Schatz. Warum haben wir den nicht gesehen? Da ist er. Jawollah. Aha, da war noch ein Bolzen. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. So. Weiter kann es gehen hier auf der wilden Fahrt, oder? Ja, jetzt kann es weitergehen. Aber ich weiß gar nicht, wo lang. Karte aktualisiert, finde ich gut. Gucken wir gleich mal. Alles klar, okay. Ja, alles klar. Wie? Es geht viel weiter für mich? Wow, Leon, duck dich. Okay. Herr Hubschrauber, wollen Sie nicht die Arbeit für mich machen? Haben Sie das nicht irgendwie gesagt? Ah, okay. Finde ich richtig gut. Absolut, Kumpel, absolut. Das ist er, der Schieß. Da haben wir jetzt aber ordentlich kassiert, weil ich nicht wusste, dass... Ich kann doch immer alles nicht hell sehen hier. Herr Hubschrauber, hier sind noch welche. Jawollah. Oh mein Gott, Herr Hubschrauber, warum sind Sie jetzt erst da? Aber ich will mich ja nicht beschweren, ne? Kannst du mal hier herkommen? Der Hubschrauber hat dir was zu erzählen. einen schon mal was zu erzählen? Einen können wir ja auch machen, ne? Einen können wir selbst machen. Ich höre irgendwas komisches, irgendwas schnurt hier schon wieder? Wow. So, okay, sollten wir das nehmen, oder? Wir nehmen mal das hier erst mal. So weit passt es. Wohin müssen wir weiter? Oh, Schießpulver rechts von uns. Da. Wie viele? Oh, yeah. Es läuft, es läuft. Aber die Waffe werden wir noch nicht benutzen. Das wissen wir ja, ne? Die laden wir aber direkt mal nach. Oh, die Musik ist so laut und aufregend. Kommt mir ja gar nicht klar. So, ist hier noch irgendwas? Nee, weiter geht's. Aber wo? Ach, hier dann. Okay. Ich dachte schon, das ist doch eine Wand. Wie sollen wir denn da weiter? Da ist ein Schatz. Ich habe einen Schatz gefunden. Und er trägt deinen Namen. Okay. Kommen wir da irgendwie hin? Ich denke schon, ne? No, 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 no. Herr Hubschrauber? Oh nein, er macht den Hubschrauber kaputt. Ach, shit. Ach, shit. Sackgeschütz. Das wird ein Problem. Hey, kannst du dich um das Ding kümmern? Ich gehe dir mal kurz mit. Jep. Mache ich. Hullo Momento. Ich sollte tun was. Das ist nur die Frage. Okay, da gehen wir später hin. Also wir müssen erst mal hin. Aha, okay. Geht gar nicht. Wie treffe ich den denn? Gibt es eine Möglichkeit, den zu treffen? Ich muss mal gucken. Ich glaube, den treffe ich so nicht, ne? Da müsste sein Kopf sein. Ne, keine Chance. Okay, wir müssen erst mal anscheinend weiterspielen. Würde ich jetzt erst mal denken. Ja, bring dich erst mal in Sicherheit, mein Guter. Leon, lass dich nicht kleinkriegen von so einer Spinne. Oh Gott, ich will das Ding da treffen, aber ich tue es nicht. Oh Gott, okay, okay. Ruck, 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 ruck. Kannst du das mal ausmachen hier? Okay, noch mehr ruck, 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 ruck. Stole auswählen. Boah, ich treffe die Füße nicht. Aua, aua, aua. Hier geht es aber ab. Oh Gott. Boah, was ist das denn hier? Oh mein Gott. Ohne Momento, ohne Momento. Boah. Okay, ist nicht die beste Pistole, aber wir haben eine Pistole. Okay, haben wir. Boah, krasse Action. I love Action. Okay, der macht mir Angst. Den treffe ich aber auch nicht. Treffe ich den von... Ah, okay, von mir würde ich den treffen. Haben wir da von einem Zoo? Nee. Mit dem Bolz treffe ich den nicht, glaube ich. Oh, Leon, Leon. Leon, hör mal kurz auf zu atmen, bitte. Dann treffen wir den vielleicht auch. Nee, okay. Konzentriert bleiben. Ich muss mal erst mal... Oh mein Gott, oh mein Gott. Schade. Boah, wir haben halt keine Granaten mehr. Jetzt hätte ich eine Granate geworfen. Ich kann mal erst mal auf den Leon gehen. Oh, Leon, alter Ränder, wenn ich das will. Geh doch mal da drunter, Leon. Sonst haben wir hier ein großes Problem, weil wir werden von allen Seiten abgeballert. Oh mein Gott, schon hinten auch. Boah, okay, 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 okay. Ähm, 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 ähm. Oh. Halt, 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 halt. Oh mein Gott. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Finde ich gut, macht Spaß. Oh mein Gott, es wird eine recht coole Folge. Ähm, okay. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was passiert. Ihr wisst Bescheid. Manchmal muss ich erst mal gucken, was passiert, damit ich gut handeln kann. Boah. That's very funny, funny, funny. Haben wir. Das Problem ist, wir brauchen Munition für... Okay, wir haben gerade gar nichts. Okay. Nicht so schlimm. Das Gewehr wäre jetzt super, hilfreich. Jo, darum kümmern wir uns ein anderes Mal. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Sollte tun, was er hat. Macht's mal alles kaputt, Leon. Ich habe doch eben auch getroffen. So, wo bleiben die? Ich habe doch eben auch getroffen. Okay. Ich treffe mich. Okay, da kommt... Oh Mann, ey. Kommt schon, Leon. Alter. Leon, Ziel. Ist mir egal, dass du brennst. Haben wir? Haben wir? Erst mal ein paar weniger. Erst mal ein paar weniger. Ich hätte nachladen sollen. Vorher schon. Haben wir. Oh, Leon, raus aus dem Beschuss da. Erst mal kurz warten hier. Dann mal da rein, Leon. Okay, läuft besser als eben. Glaube ich. Hoffe ich. Ich stelle jetzt erst mal kurz hier hoch. Ich muss erst mal gucken, ob wir hier sicher sind. Okay, da kommt einer. Und von da auch. Ach, meine Wutte. Na, 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 Leon. Oh, ich komme nicht hier vorbei. Ich komme nicht hier vorbei. Oh no, ich komme nicht vorbei, weil er im Weg steht. Ja, Leon, Leon, lauf doch endlich mal. Oh, oh, Leon, Leon. Oh, oh. Ah, okay, der. Ist nicht die beste Pistole. Oh. Lauf mal da kurz durch, Leon. Gut weggeduckt. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Okay, nachladen, Leon. Kommt. Voll einkassiert. Leon, los, los, los. Ich weiß nicht, wie die hier hochkommt. Okay, die ist offen. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Kurz erstmal durchatmen. Bleibt er liegen? Bin mir noch nicht ganz so sicher. Wie kommen wir da hoch? Okay, von hier anscheinend nicht. Kurz mal entspannen, kurz mal runterkommen, meine Lieben. Das sei uns gegönnt, so eine Action, wie wir hier haben. So, jetzt gucke ich hier nochmal außen, ob wir hier außen lang kommen. Anscheinend nicht. Ein wenig problematisch. Wenn ich hier jetzt hingehe und da eine Granate hochwerfe, passt das? Ich glaube nicht, ne? Geht aufs Haus. Ne. Ein Versuch was wert, oder? Irgendjemand schießt auf uns. Okay, hallo. Darf ich dich kennenlernen? Du darfst meine Pistole kennenlernen. Oh, Alter. Hupala, da hab ich wohl zurück. Ich hab's hier rumgealbert. Boah, da wär... Fäll, 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 fäll. Okay, ich glaube, das nimmt kein Ende, ne? Solange wir den da oben nicht... Oh, die nerven aber hier mit dem Feuer. Jo. Ich freu mich, dich kennenzulernen. Nachladen, Leon, wie wär's denn damit? Alle? Alle, alle. Okay. Boah. Herstellen, was nehmen wir? Gewehr ist sehr wichtig. Oh, die werden wir aber direkt verballern. Wahrscheinlich schade. Was können wir noch? Gar nichts mehr, ne? Schneller, Leon. Die haben wir. Die halten aber auch was aus. Ich renne kurz erstmal weiter. Wie soll ich den da treffen? Immer noch nicht, würde ich sagen. Oder? Ich sehe ihn da nirgendwo sitzen, ne. Keine Ahnung, wie ich den treffen soll. Also noch auf jeden Fall nicht. Kurz mal gucken, ob wir alles haben. So weit haben wir, glaube ich, alles. Lade den mal nach. So, wollen wir weiter hoch? Oder? Ich weiß gar nicht, wo hier die richtige Richtung ist. Treffen wir das? Ja. Perfekt. Der steht aber noch. Okay, da kommen welche. Komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Wann kommt er? Hallo? Kommen die nicht? Seid ihr Feigling oder was sind mit euch los? Hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Nee, Gott, der kommt nicht. Na, danke, danke, war hilfreich, danke. Boah, das war fies von euch. Musste ich dafür jetzt auch brauchen? Oh Gott. Oh nein, 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 Leon, bitte gib noch nicht auf. Oh, ey, 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 wir müssen höher, wir müssen höher. Jawollah. Ich muss jetzt erst mal das hier machen. So macht das auch alles Spaß, so, aber wo sitzt der da? Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Jawollah, jetzt mal. Jett fühlt, ich seh ihn nicht surveyенный. Du guck dich, duck dich. Oh, irgendjemand zielt auf uns, irgendjemand zielt auf uns, irgendjemand zielt auf uns. Irgendjemand zielt auf uns. Okay, den hat er erledigt. Vielleicht hätten wir von Anfang an hier ganz schnell hochrängen müssen. Ich höre viele, ich höre sehr viele. Was ist denn hier los, ey? Okay, wir müssen erstmal Kraut herstellen. Ja. Können wir noch eins? Ja. Dann nehmen wir mal diese maximalen Dings. Okay, erstmal alles nachladen. Solange wir hier kurz Ruhe haben. Oh, hier und weiter geht's. Boah, mein Gott. Da habe ich mich ein wenig erschrocken. Hier und nimm doch die Waffe. Okay. Herr Hufschrauber, können Sie ein bisschen hilfreicher sein? Das wäre super. Okay, ich muss immer dreimal gucken, ob wir alles haben. Hier liegt noch was. Meins, meins, meins. Alles meins. Nein, was passiert? Okay, danke. Ist jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, du hast irgendwie nichts vergessen. Wie bitte? Da musst du leider selbst durch. Was? Keine Sorge, du schaffst das. Du kommst bestimmt nicht mal ins Schwitzen. Es nimmt kein Ende. Können die mal bitte alle hier hochkommen? Das wäre super. Oh, der ist doof. Überleben die, obwohl die im Feuer stehen, oder was? Habt ihr gesehen, wie sauber ich diese Kopfschüsse gesetzt habe? Wow. Mir hat es fast von mir selbst beeindruckt. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich muss immer erst ziehen, Kumpel. Boah. Boah, was für eine Heldenmusik, oder auch? Weil ich ein Held bin. So, alles einsammeln. Nichts vergessen. Kriege ich den? Nee, kriege ich nicht, obwohl der direkt unter uns anscheinend ist. Nicht so schlimm. Ich hoffe, der Hubschrauber geht jetzt seine Munition aufladen. Das wäre ja hervorragend, oder? Okay, hätte ich das gewusst, wäre ich ganz schnell nach oben gerannt und hätte direkt dieses Ding da benutzt. Aber, habe ich nicht gewusst. Deswegen haben wir das nicht so gemacht. So, da unten haben wir alles. Schießpulver nehmen wir noch. Okay, was hast du denn hier für uns? Oh, schade. Würde ich noch nicht ausgeben. Noch nicht. Und die da oben, wie kommen wir da ran? Ich würde die gerne... Da müssen ja auch Sachen sein zum Einsammeln. Achso, den konnte man nicht einsammeln. Das war, glaube ich, der, ne? Das müsste der da gewesen sein, der da hängt. Das wäre schon mal hilfreich, wenn die... Ja, das müsste man sich sein. Oh, das ist doch einer. Gut... Gut, 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 gut... Gut, 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 gut. Gut zu wissen? Haben wir den? Ich glaube, den haben wir. Erstmal hier rein. Spiel speichert sehr gut. Kommt da noch einer? Ich würde auch erst mal oben lang. Ich glaube, da kommt einer. Lass mir mal in deinen Kopf schießen und geh mal runter, Leon. Ich glaube, von hinten kommt noch einer. Oh, was passiert hier? Oh, no! Raus, Leon! Raus, 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 raus! Ruck, 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 ruck! Nein, 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 nein. Stopp, 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 Leon, Leon. Erste Hilfe. Was können wir herstellen? Okay, ich muss jetzt auf Pistole gehen. Oh, no, 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 wuchs, falscher Knopf. Leon, rennen, 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 rennen. Boah, ich bin hochkonzentriert, merkt ihr das? Aber krasse Action. Haben wir. Okay, 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 kein Problem. Bitte wirft den nicht, bitte wirft den nicht. Danke. Bleibt der liegen? Okay, der liegt. Okay, Leute, kurz mal durchatmen. Boah, kurz durchatmen. So, wir haben noch Gewehrmunition. Aber die ist nicht aufgeladen, ne? Genau. So, komm mal ein bisschen näher, damit der Bolz auch richtig schön durchschlagen kann. Bitte nicht so schnell bewegen. Von hinten? Wer hat denn uns jetzt abgeworfen hier gerade? Oh, nein, 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 nein. Sie sind aber auch viel stärker geworden, kann es sein. Oh, nee, was ist denn da los? Wie kann der... Okay, warte mal. Kommen wir an dem ran? Irgendwie nicht, glaube ich. Das ist ja unfair, dass da jetzt wieder jemand rangegangen ist. Ne, ach, Mann, ey. Ne, 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 ne. Okay, ich glaube, wir haben schon mehr Konjunktion, ne? Schnell, 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 Leon. Schnell, 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 schnell. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt erst mal hoch, und da gucken wir, ob wir jetzt hier ein bisschen... Okay. Der trifft uns, der trifft uns dadurch. Das ist ja ärgerlich. Ich glaube, hinter uns ist schon wieder einer. Ne. Ah, die Viecher sind echt fies. Haben wir. Nachladen. Dann müssen wir da irgendwie ganz schnell an die Maschine da hinten ran. Das wäre hervorragend. Abwarten. Jo. Okay, sehen tue ich gerade keinen mehr. Hat uns eh alles genug Munition gekostet. Aber ich glaube... Erstmal durchatmen. Ich glaube, es wäre immer sinnvoller, schnell zu den Dingern zu rennen und dann schnell damit loszuballern. So, ne, erst mal. War da einer? Ne, da war keiner. Okay. Wolland geht's hier? Wie geht's runter? Wolland geht's hier? Nugend wie lange? Die Musik macht mir ja auch nur so ein bisschen Panik. Ich bin ganz cool mit der Musik. Die rastet ja auch gar nicht aus, die Musik. So, oben lang haben wir alles gesäubert. Pistole ist aufgeladen. Dann gehen wir hier wieder runter. Und jetzt müssen wir hier erst mal ganz genau alles angucken. Ob hier noch irgendwas ist. Da hinten sehe ich noch ein Kraut. Das nehmen wir gerne. Haben wir noch was Grünes? Haben wir. Herstellen. Kräutermischung. So, ich glaube, jetzt können wir auch Gewehrmunition herstellen. Ja. Machen wir auch direkt. Pistole ausrüsten. Haben wir. Okay. Konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben. Okay. Warte mal. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich war eben geleitet. Jetzt gehen wir hier erst mal hoch. Und sammeln da alles ein. Falls hier was ist. Ja, hier ist was. Oh, hier ist so viel zum Einsammeln. Das gefällt mir. Wäre natürlich schön gewesen, hätte man ja nicht alles so verballert, sondern wären schnell an diese Sache hier rangegangen. Okay, da ist ein Hebel. Gut zu wissen. So, hier haben wir alles. Kurz mal Karte gucken. Was ist das hier? Hebel. Genau. Okay, aber ich glaube, wir sind hier einmal durch, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal. Okay, können wir was herstellen? Erst mal gucken, ob wir was herstellen können. Pistole machen wir jetzt einfach mal. Erste Hilfe haben wir noch. Okay, dann erstmal alles nachladen. Alles ist nachgeladen. Okay, dann Hebel ziehen. Warum gibt es denn da zwei Hebel? Ja, jetzt weiß ich warum. Ja und, ich glaube, du wurdest abgeworfen, aber ich weiß noch nicht von wo. Von wo? Ah, wenn das ging, schade. Oh, no, 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 no. Da kommen wir jetzt nicht mehr ran, glaube ich. Boah. Alter, was war das denn für eine Waffe? Boah, der hat uns voll erwischt. Holla, die Waldfee. Da sind noch Spinnen. Da komme ich nicht ran mit der Maschine. Okay. Das war okay, so wie wir es, glaube ich, gemacht haben. Kannst du hier runterspringen? Nee, kann er nicht. Huch, Wand. Huch. So, okay, und runter da. Das machst du echt gut, Leon. Ich bin richtig beeindruckt von dir. Finde ich gut, wie du dich hier durch... Ah, das ist ja natürlich auch ärgerlich. Wo kommt er denn her? Das klingt nach einem Schwein. Ich bin mir fast sicher, das klingt nach einem Schwein, oder? Huch damit, die wieder. Oh, mein Gott. Kommt die denn? Oh, nee, Sackgasse. Leon, warum läufst du denn so komisch? Kannst du mir das mal verraten, Leon? Was ist denn vor... Boah, Munition leer. Hier gibt es eine Munition. Da kann Munition leer sein. Renn, 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 renn. Oh, Leon, weg da, weg da, weg da, Leon. Hab dich nicht so... Ist nicht so schlimm alles. Boah. Alter, wo kommen die dann alle auf einmal her? Ja, oh, na klar. Boah. Das ist was hier los, ey, Leute. Ja, Leon, was noch? Wir hier warten noch ganz viele auf uns. Oh, der hat uns auch noch erwischt. Ah, der Schwein ist neben uns. Oh, mein Gott, Sackgasse. Das Schwein ist neben uns. Oh, mein Gott. Damit habe ich jetzt wieder mal nicht gerechnet. Können wir uns hier noch rauskämpfen? Ich glaube, das war es jetzt so. Ja, habe ich nie gedacht. Okay, mein Lieben. Das war krass. Das war eine krasse Folge. Nächste Folge geht es wahrscheinlich direkt wieder los im Gemenge. Aber ich brauche jetzt erstmal kurz Durchatmung und sowas alles. Das war krass. Hat auch immer voll Spaß gemacht. Okay, mein Lieben. Ihr kriegt aufs nächste Video von mir. Vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.